Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 22. Dezember 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1138. Heute mit den folgenden Themen. Opera, Meta, MyCloud, Neon, Bowers & Wilkins, Tech Talk & Wear OS. Ich starte gleich mal mit Opera, der Browser aus dem hohen Norden. Den gibt es ja schon länger in der Opera GX-Geschichte. Also, was heisst Geschichte? GX-Version. Das ist ein speziell für Gamer-optimierter Browser. Den habe ich übrigens auf meinem Gaming-Windows-Rechner auch drauf und nutze den gerne. Der hat ein paar kleine zusätzliche Features, die einem das Online-Gamen erleichtern. Aber man kann da auch ein bisschen mit Farben spielen und so weiter. Und das mag ja der Pock-Ipsi. Genau. Und den gibt es jetzt einfacher zu holen. Man muss den nicht mehr über die Webseite von Opera runterladen. Der ist jetzt nämlich offiziell in den Windows 11 Microsoft Store eingezogen, womit man ihn nicht nur da bekommen kann, sondern ihn gleichzeitig auch noch da updaten kann und die ganzen Geschichten rausholen kann. Somit kommen Updates einfacher auf euren Rechner. Und das ist ja etwas, was wichtig ist in der heutigen Zeit. Kommen wir zu Facebook. Und auch heute mal dem etwas anderen Titel dieser Episode, weil sonst nehmen wir immer 1, 2, 3 Hot Topics aus dem Daily raus. Heute ist es nicht so. Heute steht da einfach, Facebook ist die schlimmste Bude, die es gibt. Und ja, so wurde sie gekürt. Yahoo Finance kürt normalerweise immer so die besten Firmen eines Jahres. Und da gibt es auch immer einen Schlussreiter. Der Schlussreiter dieses Mal ist Facebook. Miese Bude. Meta heisst sie ja seit Neuestem, nur damit sie den ganzen Geschichten entkommen können. Und deshalb sage ich auch, Meta ist die mieseste Bude auf diesem Planeten, die es gibt. Löcher und Pannen und Datenschutz, alles ein Graus. Mark Zuckerberg versucht sich aktuell reinzuwaschen mit dem Meta und dem Metaverse, den neuen Möglichkeiten und alles ist so schön und bunt und sowieso. Nee, Facebook, pfui. Und natürlich WhatsApp, genau so. Weiter geht es mit WD und da gibt es eine traurige Nachricht. In diesem Jahr waren sie auch das eine oder andere Mal in den öffentlichen News, also in den News generell, mit Sicherheitslücken. Und zwar ziemlich hässlichen. Soweit ging es, dass das Unternehmen sagte, nehmt einfach die Geräte vom Netz und lasst sie nicht mehr ins Netz. Ja, viele, die ich kenne, die auch über meine Testberichte zu solchen Produkten gekommen sind und auch sonst, haben sich die Dinger gekauft, weil sie einfach zu nutzen, zu installieren und vor allem auch eben von aussen zu erreichen sind. Und das soll ja eben nicht mehr gehen. Dann hat man ein Update geliefert. Die Nutzer wurden gezwungen, auf das MyCloud OS 5 hochzugehen. Dann gingen gewisse Funktionen nicht mehr. Teilweise auch die Funktionen, wegen denen man eben diese Hardware gekauft hat. Ziemlich hässlich. Und dann gibt es auch noch die Geräte, die nicht über MyCloud OS 3 hinauskommen. Und ja, dann meinte halt WD ganz einfach, lass die nicht mehr ins Internet. Dankeschön. Ja, für nichts, wie man so schön sagt. Man reichte dann Patch nach, aber das war auch nicht das, was es ist. Nun hat Western Digital eine Mail verschickt an alle Nutzer, dass Geräte, die eben MyCloud OS 3 drauf haben, in Zukunft nicht mehr kompatibel sind und somit einfach rausfliegen. Ja, Dankeschön nochmals für nichts und in Zukunft baut euch doch eure NAS selber. Habe ich auch getan. Schade, aber manchmal muss man halt auf Open Source Geschichten ausweichen. Dann gibt es schöne Neuigkeiten vom Schweizer Fintech Neon. Das hat nämlich jetzt die 90.000 geknackt. Bei 80.000 haben sie ausgerufen zu der 100.000er-Grenze und haben die Vermittlergebühr, also quasi den Freundschaftsquote von 10 auf 20 Franken erhöht. Und ja, ich glaube, ihr habt es fast schon bemerkt. Auch da habe ich natürlich so einen lustigen Code. Wer mag, gerne. Wer sich das mal ausprobieren mag. Was ist dabei? Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay. Alles ist mit integriert. Ein schönes Bankkonto. Es lässt sich auf dem Smartphone einrichten. Nutzen und das Ganze tut einfach, wie es sollte. Zumindest meistens. Aber dazu bat man mehr im Blog. Nichts, was verheerend ist, aber aktuell hakt es ein bisschen, was halt auch vorkommen kann. Weiter geht's mit Bowers & Wilkins, dem Wedge versus dem Zeppelin 2021. Vor zwei Jahren habe ich euch den Bowers & Wilkins Wedge vorgestellt. So ein bisschen ein bauchiger, pummeliger Speaker, der einen extrem coolen Ton hat. Und jetzt ist es wieder da. Das Zeppelin ist in der neuen Version, der 2021er Version, rausgekommen. Und im kleinen Blogpost habe ich mal die beiden Lösungen miteinander kurz gegenübergestellt und für euch aufgelistet, was für wen ist, damit man sich das ein bisschen genauer anschauen kann. Und was soll ich sagen? Ich liebe den Original Zeppelin. Der steht da hinten rechts immer noch und wird auch immer wieder genutzt. Aber der 2021er ist eine komplett andere Nummer. Mein Gott, kommt da geiler Ton raus. Ich schmeisse nachher gleich wieder Rednecks an, was vorher gerade lief. Dann kommen wir zu TikTok. Und ja, die haben ein neues Feature. Und das ist mal kein Feature in der App als solches, sondern es ist Food. Es ist Fast Food. Es ist Essen. Ja, ihr habt richtig gehört. TikTok verkauft Essen. Und zwar in den USA. An 300 Standorten aktuell. Im nächsten Jahr wird das Ganze auf 1000 Standorte ausgebaut. Und was machen sie da genau? Es gibt das sogenannte VTC. Das ist eine Plattform, die digitale, die hilft, wie soll ich sagen, die hilft, digitale Abverkäufe an den Mann und die Frau zu bringen, die das bestellt. Interessanterweise werden da normale Restaurants angegangen, die zusätzlich neben der eigenen Küche eben auch noch für digitale Partner kochen. Das Virtual Dining Konzept, wie sich das Unternehmen genau nennt, ihn ausgeschrieben, hat sich eben auf solche Dinge spezialisiert. Zuerst mit YouTube haben sie da was gestartet, jetzt eben für TikTok. Und was kommt da? Alle drei Monate neue quasi Menüliste. Immer das, was gerade aktuell so drüben auf diesem TikTok trendet. Darauf werden die einzelnen Companies, also die einzelnen Restaurants geschult und liefern dann eben das Essen aus. Finde ich schon noch witzig, aber ich glaube, in die Richtung könnte in Zukunft einiges mehr gehen. Und TikTok möchte das auch über die USA hinaus ausweiten. Für die YouTube-Geschichte, die ich vorher angesprochen habe, wo die Firma zuerst was gemacht hat, sind sie unter anderem neben den USA auch schon in Kanada und in Grossbritannien tätig. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir das erste TikTok-Futter auch in der Schweiz bestellen können. Und zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten für all diejenigen unter euch, die eine Wear OS-Uhr haben und darüber unser Smart Home steuern möchten. Und noch eine wichtige Grundvoraussetzung, den Home Assistant nutzen. Home Assistant ist eine Plattform, über die man verschiedene Gerätschaften ansteuern und generell bewirtschaften kann. Und die kommt jetzt endlich auch auf die Uhr. Nach einer längeren Beta-Zeit ist das Ganze jetzt eben auch auf der Smartwatch möglich im Google-Universum. Und dann kann man darüber seine Hauptlichter und Rollons, was auch immer, starten. Gefällt mir und muss ich mal ausprobieren, wenn ich dann wieder Zeit habe. Ich glaube, ihr könnt euch denken, das wird erst im nächsten Jahr eventuell soweit sein. In diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitnehmen können. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn alles klappt, hören wir uns bald schon wieder. In dem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.